Hallöchen meine Lieben Willkommen zum ersten Let's Play hier auf meinem Kanal und ja wir zocken jetzt mal eine Runde PlataGo Entschuldigung PlataGo Naja es ist ein Spiel wo mehr so Jump'n'Run in Pixel Grafik wie man ihn sehen kann und ja spielen wir mal ein paar Level Ja das hängt immer mal so ein bisschen Aha Aha Ja machen wir halt bei ein paar Level draufgeklickt und jetzt geht's los Mal sehen ob es wirklich so easy ist Wow Okay damit habe ich jetzt nicht gerechnet Achso Das heißt ich brauche gar nicht die Maus Nein Ah Double Jump Na endlich Ah wir brauchen vier von den Dingern Und rüber Und rüber Und rüber Ist ja wirklich easy Wow Das löst sich ja auf Das war das Das war ein Level Ja wenn die wirklich so easy sind na dann mal gucken wie das nice so wird Ah Ah Ja Ja So Oh Ich springe auch Haha Da habe ich euch Oh oh DU Ah Verarscht Oh oh Nein! 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 Jetzt sag nicht, das ist eine Endlustschleife! Warte mal, ich hab da mal ne Idee! Mist! Das sieht wohl von weiter hier aus! Ne, klappt auch nicht! Ah! I'm the best! Ja, warum ich das ohne Sound mache, naja, könnt ihr euch denken. So, mal sehen wie das hier ist. Weil sonst wird mir das Video definitiv ein bisschen wieder geclaimt. Das hab ich nämlich schon mal versucht einmal aufzunehmen. Aber naja. Wow, der ballert ja! Daneben! Ich glaube das ist der Druide, der in Episode 4 auftreten sollte. Alter! Genauso zielsicher wie die Stormtrooper aus Star Wars. Wow! Okay, ich nehm... Wow! Haha! Damit hast du nicht gerechnet, du Vollidiot! Na ja, geht doch eigentlich! Spiel mir mal, ähm, etwas... Heardriss-Level! Lade! Wir spielen ein Mädel! Ja, na ja, Zeiten... Oh, oh! Oh, oh! Ah! Verdammt! Da war ja auch noch was! Ah! Los, komm, 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 komm! Ah! Verdammt! Ah! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Nein! Ah! Das Spiel ist schon gar nicht... Obwohl easy dransteht, easy 07... Ist es gar nicht mal so easy! Wow! Das war knapp! Das war knapp! So, jetzt nur eine Chance! Nein! Nein! Ah! Das Spiel erzählt echt keine Fehler! Weil sie doch nicht gelogen! Dark Souls im Pixel! Nein! So, runter, 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 runter und... Und... Oha! Hau ich hier fast meine Sachen wieder weg, ey! Nein! Alter! Was? Alter! Nein! Seien wir mal ehrlich, das schaffen wir nicht mehr! Man sieht wieder, ich kann nicht zocken! Ah! Damit beende ich jetzt mal diese kleine Aufnahme! Ich hoffe es hat euch gefallen! Ihr macht dazu vielleicht noch ein zweites und drittes Video! Müssen wir mal gucken! Ja! Ja, ich wünsche euch noch nicht einen schönen spannenden Tag! Und das wars von mir! Und man sieht wieder, ich kann nicht alles zocken! Und nicht überall wo easy draufsteht.... ist es auch einfach! Da muss ich auch nicht besser üben! Na dann! Schönes Wochenende! Tschü!